Hey Leute und willkommen zum nächsten Pokemon Opening auf meinem Kanal. Heute mit einer wunderschönen, wunderschönen Diana, Gengar EX Box. Oh yeah. Seht euch an wie böse es ist. Wow. Es grinst. Und im Hintergrund seht ihr schon, Kaburiki ist stehen geblieben. Wer das letzte Hoppe nicht gesehen hat, umblickt mal reinschauen. Heute mal Gengar mit vier Booster Packs sogar. War eigentlich auch nicht wirklich teuer, muss ich sagen. Oh, das ist das neue Plastik. Oh nein. Da kommt wohl nicht rein, Diana. Das ist das neue, ja, hilf mit, hilf mit. Das neue Scheißplastik, das ist ein Stretchplastik, richtig. Merkst du wie blöd das geht? Das ist nicht schön, ne? Nein, das ist nicht schön. Rebel braucht richtige Krallen. Richtig, und die hat nur Diana, wie wir wissen. Meine hat sie gestutzt, damit ich sie nicht töten kann. Oh Gott, Leute, ich krieg sie raus. Wer haben sie, wer haben sie, wer haben sie. Nicht so laut, nicht so laut. So, mal gucken, wo die aufgehen. Muss man die aufreißen? Ja, die muss man aufreißen. Oh Gott. Oh Gott. Viele reißen sie auch in der Mitte einfach auf. Ich will sie auch lieber am Rand erst mal aufreißen, um einfach das dann rauszuziehen. Diana, darf ich bitten? Dankeschön. Dankeschön. Beste Assistentin, ja. Link zu ihrem Kanal in der Videobeschreibung. Natürlich. Ah, die Karte ist so. Wer mich nicht vergisst. Nein, die Karte ist mir gefallen. So, wir haben uns wieder hier vier Boosterpacks. Letztens hatten wir nur drei, diesmal hier vier. Wir haben ein Turbofieber Boosterpack. Hier merkt man schon, ältere Box, ne? Turbofieber ist schon lange her. Evolution hatten wir auch schon beim Glurak Opening. Leute, reinschauen. Dann haben wir eine Schicksalsschmiede auch von XY und das allererste Sonne und Mond Boosterpack von der achten Edition. Dann haben wir hier noch ein wunderschönes Gengar. Schön vorsichtig. Diana, darf ich bitten? Dankeschön. Und hier haben wir halt, Leute, ein riesiges, riesiges, unglaublich geiles Gengar EX. Und natürlich war auch wieder ein Code dabei, also für unser Online-Spiel, Leute. Also, macht euch auf was gefasst. Oh, da sind klein. Oh, ist das süß. Der kleine Bruder. Also, ich hätte echt Bock, mal mit diesen großen Karten zu spielen, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich habe, wie gesagt, noch nie eine Energiekarte leider gesehen, diese Größe. Das ist ziemlich schade. Aber auch die werden wir versuchen hier aufzustellen. Und sie fallen bei. Ja, Leute, das füllt sich. Und da werden noch mehr Karten hinkommen. Also, ja. Gengar EX, mega nice. Mal die Karte ein bisschen dunkel. Wie gesagt, ich zeige sie nachher nochmal beim Booster Opening. Hier machen wir nur die große Box auf. Und ja, wir haben jetzt hier, wie gesagt, dreimal. Nö, doch, dreimal XY, einmal Sonne im Mond. Ich bin gespannt. Da je nachher, ich hoffe, wir ziehen was Gutes. Ja. Und wir ziehen auch was Gutes hoffentlich dann im Online-Opening. Vor allem, in dem Pack muss doch was Gutes drin sein. Da ist ein Lug hier drauf. Ja, das kann nicht schlecht sein, Leute. Das kann gar nicht schlecht sein. Also, Gengar EX, Xbox wollte ich unbedingt aufmachen. Die Karte ist wirklich wunderschön, Leute. Vor allem, ihr seht sie am Hintergrund. Einfach ein Traum. Wir werden uns hier gerade in den Hintergrund basteln, fällt mir auf. Es werden immer mehr Karten. Ja. Auf jeden Fall, Leute, gleich viel Spaß. Wechseln wir jetzt mal rüber in die Nahansicht zu den Booster Packs. So, Leute, sind wir nun bei den Booster Packs vom Gengar EX Pack. Die vier schönen werden wir gleich öffnen. Aber erstmal noch ganz kurz, Diana, das Gengar anguckt. Gengar. Richtig. Es ist schon ziemlich, gell? Es ist super. Vor allem die Riesenkarte hinten, Leute. Mega nice. Vielleicht, Diana wird es gleich mal eintüten. Die Frage ist, womit fallen wir an? Sonnen im Mond haben wir Evolution. Luria. Schicksal, Schmiede und Turbofirma. Okay. Und wenn wir aufpassen, den Kartentrick nicht zu verküken. Hier waren es ja drei. Da schleicht sich noch ein Gengar an. Gengar Säpschen. Eins, zwei, drei waren es hier, glaube ich, bei XY. Wir werden es merken. Wir werden es merken. Nein, Herr N. Erinnert mich an L immer einfach an. Aus Death Note. Oh, Ordochs Geistespunkt. Es gibt ja auch mega Ordochs. Oh, Lavica. Riesen Despoter-Fan bin ich, ja. Aber den nicht. Dicta muss nicht sein. Spoinky. Ist auch so ein Pokémon, wo sich denkt, äh. Riolo, ja. Da sind viele Fans davon. Das ist auch schon eine Zelle, ne? Mauzi in Holo und Rai... Leider kein Holo, aber ein sehr schönes Serpiroal. Oh. Oh. Also das war, das habe ich, glaube ich, genommen immer beim Spiel. War jetzt nicht so schlecht. So, Diana, nochmal Turbofirma, wenn wir schon dabei sind. M, M, M. Turtok. Turtok Evolution. Das erste Evolution-Set. Ich sehe schon was. Ich werde gespoilert. Oh nein, nicht gucken. Ich wurde gespoilert. Nicht gucken. Ich konnte nicht nicht gucken. Hast du das Pikachu gesehen? Ja. Ach so. Noch was? Nein. Ach so. Porygon wieder. Mistis, brauchen wir nicht mehr. Haben wir in Full Art schon, Leute. Uh, das habe ich noch nicht. Secret Rare. Surfen des Pikachu Nummer 111 von 108. Mega nice. Legen wir auch mal zur Seite einfach. Ein Pikachu. Ein Schwanzwedler. Oh, Krupsi. Raupi. Dicta. Wartoball. Uh, Pikachu in Molo. Oh. Nö. Was haben wir mit den Rattikals als Werk? Also, die Rattikals machen uns psychisch fähig, ne? Ja, wirklich. Das coolste war bisher echt das Surfen der Pikachus. Können wir mal hinten hinstellen. Oh, komm her, du. Sau, du. So. Xerox, oder? Prima Arena. Xerox zum Schluss. Okay, Leute. Huh. Ich hoffe, ihr seid ready. Ich bin auch gespannt, ob wir echt... Also, am letzten hat mir echt Glück. Also, wenn wir das letzte nicht gesehen haben mit Capuriki, schaut da unbedingt vorbei. Das war hardcore. Feenenergie. Wir kriegen jetzt einen Filinara. Regenbogen. Filinara, sagst du? Ach, guck, ein Rotom. Ach, die Rotoms, ey. Der Herr Bartträger. Und mein Kiesling. Castella. Das hat man im letzten schon so ähnlich, ne? Oh, Krabbox hat man nicht. Fugano. Der geht immer. Der geht immer. Superball als Holo. Ich habe Angst. Kola-san. Jetzt muss uns Xerox Glück bringen. Sonst war echt das surfende Picacho das Highlight. Beziehungsweise die zwei Gengas. Die Gengas sind eh nicht zu übertreiben. Ja, das stimmt. Die sind richtig geil. Gerade die Große. Das wird sowieso schwer, ja. Das stimmt. Eins, zwei, drei, vier. Ah, drei. Das ist drei, ja. Aber darf auch nicht vergessen, Leute. Wir lösen ja auch die Online-Codes noch ein, ne? Labros. Habe ich jetzt das Ding verkackt? Wahrscheinlich. Könnte die Rare sein. Ich bin mir gar nicht sicher. Labros. Ein Tränkchen. Amphysel. Paraphys. Ist auch so ein Pokémon, ne? Ei, ei, ei. Schalkwa. Endive. Das ist cool mit der Spiegel. Das hat mir immer schon gefallen. Ganz sieben. Kaumala. Den nehme ich sehr gerne. Shamian. Oh. Guck dir mal dieses Artwerk an. Wie ist das Schild? Ja, das ist einfach so dämlich süß. Ja. Oh. Oh, immerhin, ne? Holo. Durengard. Nehmen wir. Immerhin etwas. Man gibt sich auch mit einer Holo zufrieden. Ist ganz geil. Durengard. Und sogar ein normales Labros. Stimmt, ja. Wir hatten letztens Jahr ein krasses Labros. Diesmal, Leute, leider jetzt nicht so die beste Ausbeute. Aber, Leute, unser Riesen-Gengar übertrifft ja eh nichts, ne? Allein diese Karte, Leute. Uh, 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 deiner. Allein diese Karte ist schon geil. Oh, man. Leute, nächste Folge nicht vergessen. Es geht natürlich weiter mit den Openings. Gamescom haben wir leer gekauft. Halle 5 war unser. Sehr richtig. Und deswegen kommen noch viele weitere Openings. Also, wenn ihr es verpassen wollt, lasst ein Abo da. Wie gesagt, auch online, ne? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, Leute. Hau rein. Und ciao. Tschüss. Tschüss.